der mann der bei gatsbys abstieg im winter 1867 ging ich einmal mit meinem originellen freund riley der wie ich zeitungskorrespondent in washington war die pennsylvania avenue hinunter mit der nacht war fast vorüber und ein heftiger schneesturm blies uns ins gesicht als wir beim schrein einer straßenlaterne einen mann erblickten der uns entgegengelaufen kam als er unserer ansichtig wurde blieb er stehen und rief das trifft sich ja prächtig sie sind herr riley nicht wahr riley besaß mehr ruhe und kaltbildigkeit als irgendjemand in der ganzen republik er stand still betrachtete den mann von kopf bis zu fuß und sagte endlich mein name ist riley wünschen sie vielleicht etwas von mir jawohl sagte der mann voller freude und ich bin überglücklich sie gefunden zu haben ich heiße lückens und bin lehrer am gymnasium in san francisco die dortige postmeisterstelle ist vakant ich habe mich darum beworben und deshalb bin ich jetzt hier ja sagte riley langsam und bedächtig wie sie ganz richtig bemerken herr lückens sind sie jetzt hier und haben sie die stelle bekommen noch nicht aber ich bin auf dem besten wege dazu das gesucht das ich einreichen will trägt die unterschriften des vorstands für volksunterricht sowie sämtliche lehrer und noch 200 anderer personen ich wollte sie nun fragen ob sie die güte hätten mich zu der betreffenden zivilbehörde zu begleiten um meine überweisung auf dem posten ausfertigen zu lassen denn ich möchte mit dieser angelegenheit so schnell wie möglich fertig werden und bald wieder zu hause sein wenn die sache so dringend ist versetzte riley in einem ton aus dem nicht jeder den sport herausgehört hätte so wäre es ihnen wohl angenehm wenn wir den beamten noch heute abend aufsuchten jawohl heute abend auf jeden fall ich habe nicht zeit mich lange herumzutreiben noch heute ehe ich zu bette gehe muss ich die zusage haben ich bin kein mann von worten sondern von taten sehr wohl und da sind sie hier am rechten platze wann sind sie angekommen gerade vor einer stunde und wann gedenken sie wieder abzureisen morgen abend nach new york und tags darauf nach san francisco ganz recht und was wollen sie morgen den tag übertun nun da muss ich mich doch mit dem gesuch und der überweisung zum präsidenten begeben um seine unterschrift zu erhalten nicht wahr jawohl das ist ganz richtig ganz in der ordnung und was dann dann gehe ich um zwei uhr nachmittags in die senatssitzung und hole mir die bestätigung das ist der letzte schritt freilich freilich sagte riley wohl bedächtig da haben sie wieder ganz recht dann benutzen sie den abendzug nach new york und am nächsten morgen das dampfboot nach san francisco so ist es ganz wie ich mir die sache überlegt habe riley dachte eine weile nach dann sagte er könnten sie nicht vielleicht einen oder zwei tage länger bleiben bewahre das wäre ganz gegen meine grundsätze ich kann nicht lange herum bummeln ich bin ein mann der tat wie ich ihnen schon sagte mitten im heulenden sturm dichtesten schneebürbel stand riley einige sekunden regungslos da augenscheinlich in tiefes nachdenken versunken dann blickte er auf und sagte haben sie wohl je von dem manne gehört der eines tages bei gatsbys abstieg aber ich sehe schon dass sie nichts von ihm wissen damit drängte er herrn lückens gegen ein eisernes gitter hielt ihn am knopfloch fest und wie coleridge's alter matrose bandte er ihn auf die stelle durch den blick seines auges dann begann er seine erzählung so friedlich und seelenruhig als lägen wir alle behaglich auf einer blumigen sommerwiese ausgestreckt anstatt um mitternacht vom wintersturm durchgeblasen zu werden ich will ihnen von dem mann erzählen es war zur zeit des präsidenten jackson und gatsbys das erste hotel der stadt eines morgens um neun uhr kam dort ein prächtiger vierspänniger wagen vorgefahren auf dem bock saß ein schwarzer kutscher und ein wunderschöner großer hund lief nebenher wird kellner und hausknecht stützten herbei die neuen ankömmling zu empfangen dieser ein herr aus tennessee sprang eiligst heraus befahl dem kutscher zu warten sagte er habe keine zeit erst noch etwas zu essen er wolle nur eine kleine schuldforderung bei der regierung einkassieren und daher schnell auf das schatzamt gehen um das geld zu holen dann müsse er direkt wieder nach tennessee zurück da er große eile habe um elf uhr abends kam er wieder ließ die pferde in den stall bringen bestellte ein zimmer und meinte er werde die forderung am nächsten morgen einkassieren dies geschah an einem mittwoch den dritten januar 1834 am 5 februar verkaufte er den schönen wagen und schaffte sich einen billigen schon gebrauchten an er meinte darin könne er das geld ebenso gut mitnehmen und auf vornehmens aussehen läge er kein gewicht am 11 august verkaufte er das eine paar pferde indem er bemerkte es sei doch bequemer mit zwei pferden über das steile gebirge zu fahren weil dabei große vorsicht nötig sei auch werde das geld das er bekäme nicht zu schwer für einen zweispender sein am 13 dezember verkaufte er das dritte pferd und meinte jetzt bei dem klaren trockenen winterwetter seien die straßen in so gutem zustand dass ein pferd das alte vorwerk schnell genug vorwärts bringen könne am 17 februar 1835 verkaufte er den alten wagen und schaffte sich einen leichten einspänner an den er billig bekam er meinte die wege seien jetzt vom frühlingsregen so aufgeweicht dass jedes andere gepferd zu tief einsinken würde auch habe er schon immer gern versuchen wollen wie es sich in einem einspänner über die berge fahren lasse am 1 august vertauschte er den einspänner gegen eine kleine chase die schon lange im gebrauch war und meinte er freue sich ordentlich darauf wie seine lieben landsleute in tennessee mut und augen aufsperren würden wenn er in einer chase daher kariot käme so etwas hätten sie gewiss ihr lebtag nicht gesehen am 29 august verkaufte er auch seinen schwarzen kutscher und meinte auf seiner chase sei ja gar nicht platz für zwei da könne er keinen kutscher brauchen es sei ein reiner glücksfall dass er einen käufer gefunden der dumm genug gewesen 900 dollars für einen neger von so zweifel auf der qualität zu bezahlen er sei den kerl längst gern los gewesen habe ihn aber doch nicht um ein spottgeld hergeben mögen anderthalb jahre später am 15 februar 1837 verkaufte er die chase schaffte sich einen sattel an und meinte der doktor habe ihm schon mehrmals gesagt wie gut ihm das reiten bekommen würde außerdem würde es ja die reinste torheit sein mitten im winter eine fahrt durch das gebirge zu riskieren am 9 april verkaufte er den sattel und meinte bei den schmutzigen schlechten wegen im april sei so ein sattel doch ein einbärmliches ding mit dem alle augenblicke etwas passieren könne auf dem pferderücken fühle er sich noch einmal so sicher und warum solle er sein leben unnütz aufs spiel setzen am 24 april verkaufte er sein pferd und meinte heute ist gerade mein 57 geburtstag ich bin gesund und frisch und kann mir nichts angenehmeres denken als eine fußtour über die berge in ihren jungen frühlingsgrün es wäre eine wahre sünde wenn ich die gelegenheit dazu versäumte um bei dem herrlichen wetter aufs pferd zu steigen wenn meine forderung einkassiert ist kann ja der hund das kleine bündel mit leichtigkeit tragen morgen in aller frühe will ich mich aufmachen und nach einem donnernden lebewohl bei gerzbys auf schusters rappen nach tennessee marschieren am 22 juni verkaufte er seinen hund und meinte wenn man so im sommer durch berg und wald schweift ist einem ja ein hund über allem wege er jagt nach eichhörnchen bellt tier und menschen an verläuft sich bald hier bald dort gerät in bäche und pfützen und lässt einen keinen augenblick die schöne natur in ruhe genießen wenn ich mein geld selber trage ist es ohnehin viel sicherer auf einen hund ist in geld sachen kein verlass das weiß man aus erfahrung na lebt wohl alte jungens dies ist mein letzter besuch morgen mit dem frühesten bin ich über alle berge und auf festen sohlen nach tennessee unterwegs es entstand eine pause nur der wind heulte und der schnee fiel in dichten flocken endlich sagte lückens ungeduldig nun und was weiter riley versetzte ja das war vor dreißig jahren gut gut aber was soll das der alte herr ist mein guter freund er besucht mich jeden abend um abschied zu nehmen vor einer stunde war er bei mir und morgen früh machte er sich nach tennessee auf wie gewöhnlich er meinte er werde seine forderung einkassiert haben und auf und davon sein ehe solche nachteulen wie ich sich den schlaf aus den augen reiben er hatte tränen in den augen vor freude dass er nun bald seine alte heimat und seine freunde wieder sehen werde es folgte eine abermalige pause die der fremde unterbrach ist die geschichte zu ende ja das ist alles sie war auch lang genug bei dieser nachtzeit und in solchem wetter aber was wollen sie denn damit sagen oh nichts besonderes ich meine was soll sie eigentlich bedeuten eine besondere bedeutung hat sie nicht ich dachte nur so dass wenn sie nicht in gang zu großer eile sind mit ihrer anstellung als postmeister aus san francisco zurück zu kommen so würde ich ihnen raten bei gatsbys abzusteigen und sich zeit zu nehmen leben sie wohl ich wünsche ihnen recht viel glück dabei wandte sich riley mit freundlicher miene zum gehen und ließ den verblüfften schullehrer regungslos unter der straßenlaterne stehen die ihren hellen schein auf den von schneeflocken ganz weißen mann warf die postmeisterstelle hat er aber nie erhalten ende von abschnitt 38 abschnitt 39 aus im gold und silberland von mark twain diese libri box aufnahme ist lizenz frei und öffentlich im besitz anhang 4 die geschichte des invaliden ich sehe aus wie ein verheirateter 60er es ist die folge meiner angegriffenen und durch leiden mitgenommenen gesundheit in wirklichkeit bin ich jung geselle und erst 41 jahre alt sie werden es kaum glauben können dass ich jetzt einem schatten gleichen vor kaum zwei jahren noch frisch und gesund war ein mann von eisen ein wahrer athlet und doch ist es die reine wahrheit noch seltsamer aber ist die art und weise wie ich meine gesundheit einbüßte ich verlor sie weil ich einst in einer winternacht während einer eisenbahnfahrt von 50 meilen auf eine kiste mit gewehren abgeben half ich will ihnen die ganze geschichte erzählen ich bin zu cleveland stadt ohio zu hause vor zwei jahren kam ich einmal beim anbruch der nacht während eines heftigen schneesturms heim und erfuhr sobald ich ins haus trat dass mein liebster jugendfreund und schulkamerad john b huckett tags vorher gestorben war sein letzter wunsch sei gewesen ich möge seine sterblichen überreste zu seinen armen alten eltern nach wisconsin geleiten ich war sehr erschüttert und bekümmert durfte aber keine zeit mit gewünsbewegungen verlieren ich musste sogleich aufbrechen ich steckte die karte auf welcher dekan levy huckett betelhem wisconsin stand zu mir und eilte durch den heulenden sturm der bahnstation zu dort angelangt fand ich die lange weiß tannende kiste vor die mir beschrieben worden war ich befestigte die karte mit einigen stiften daran überzeugte mich dass die kiste sicher in einen expresswagen untergebracht wurde und eilte dann in das speisezimmer um mich mit einem lelegten butterbrot und einigen zigarren zu versorgen als ich herauskam stand meine sarkkiste wieder da und ein junger mensch machte sich mit einer karte einigen stiften und einem hammer in der hand daran zu schaffen ich war erstaunt und verblüfft er begann seine karte anzunageln und ich eilte ziemlich aufgeregt hinaus zu dem expresswagen um eine erklärung zu verlangen aber siehe da war ja meine kiste sie lag im güterwagen genau auf dem alten fleck tatsächlich hatte eine großartige verwechslung stattgefunden ohne dass ich etwas davon ahnte ich nahm die kiste mit gewehren mit welcher jener junge mann an eine schützengesellschaft in peoria in illinois abliefern sollte während er mit dem meiner obhut anvertrauten leichnam abreiste ich hatte mich kaum überzeugt dass meine kiste da war als der konduktor rief einsteigen ich sprang rasch in den packwagen und machte mir einen bequemen sitz auf einem ballen zurecht in demselben wagen fuhr der güterschaffner ein biederer mann in den fünfzigen mit offenem ehrlichem gutmütigen gesicht er hatte alle hände voll zu tun als der zug abfuhr sprang noch ein fremder in den wagen und legte einen pack mit besonders reifen und kräftigem limburger käse auf das eine ende meiner vermeintlichen sargkiste das heißt ich weiß jetzt dass es limburger käse war damals aber war mir der inhalt des packes unbekannt wir flogen eilig dahin durch die raue nacht der sturm topte fort eine große niedergeschlagenheit bemächtigte sich meiner mein herz wurde schwerer und immer schwerer der alte schaffner machte ein paar heitere bemerkungen über den sturm das nordpolwetter schloss die schiebetüren und fenster recht dicht und ging dann geschäftigend ein liedchensummen hin und her indem er das gepäck zurechtsetzte bald fiel mir auf dass ich ein äußerst üble durchdringender geruch in der eiskalten atmosphäre des wagens verbreitete das machte mich noch niedergeschlagener weil ich es natürlich meinem abend abgeschiedenen freunde zuschrieb es lag etwas tief trauriges darin dass er sich mir in dieser stummen pathetischen weise ins gedächtnis zurück rief und so konnte ich nur mit mühe die tränen zurückhalten nebenbei war ich auch besorgt der alte schaffner könne etwas merken er summte indessen weiter trotzdem fühlte ich mich mit jeder minute unbehaglicher denn der geruch wurde immer stärker schon mehr outgaut nachdem der schaffner alles zu seiner zufriedenheit geordnet hatte holte er einen arm voll holz und heizte in seinem ofen tüchtig ein das tat mir über die maßen leid denn ich war überzeugt dass die wärme eine schädliche wirkung auf meinen armen abgeschiedenen freund aus ihm müsse thompson der schaffner hieß thompson wie ich im laufe der nacht erfuhr ging jetzt die wände betastend im wagen umher verstopfte alle löcher und ritzen und bemerkte vergnügt es möge nun draußen wetter sein welcher es wolle er werde es uns schon behaglich machen ich sagte nichts zweifelte aber ob er es richtig anfing in einer weile wurde der ofen immer heißer und die luft immer schwüler ich fühlte dass mir übel und weh wurde trug aber mein leid im stillen und sagte nichts bald bemerkte ich dass das summen des schaffners immer schwächer wurde endlich hörte es ganz auf und es herrschte eine unheimliche stille nach einigen augenblicken sagte thompson pfui na zimmenholz war es nicht was ich in den ofen steckte er schnappte ein paar mal nach luft schritt dann auf die kiste zu stand einen augenblick ganz nahe bei dem limburger ging dann wieder weg und setzte sich augenscheinlich stark verschnupft neben mich nach einigem besinnen sagte er mit dem finger auf die kiste zeigend freund von ihnen ja sagte ich mit einem seufzer ziemlich reif wie es scheint etwa zwei minuten lang wurde nichts weiter gesagt da jeder mit seinen eigenen gedanken beschäftigt war dann sagte thompson in leisem friedlichem tone manchmal weiß man nicht recht ob sie ganz hinüber sind es scheint nur so wenn man sie anfühlt habe fälle in meinem magen gehabt besonders während des krieges ich sag ihnen schauderhaft jeden augenblick konnte man erwarten dass sich so einer erhob und einen anglotzte dann fügte er nach einer pause hinzu indem er mit dem ellenbogen nach der kiste zeigte na der da ist nicht scheintot für den stehe ich ein wir saßen einige zeit schweigend und nachdenklich da lauschten dem sausen des windes und dem gerassel des bahnzugs dann sagte thompson gefühlvoll nun nun wir werden alle einmal reif das ist nun einmal nicht zu ändern der mensch vom weibe geboren lebt nur eine kurze zeit sagt die schrift ja man mag es betrachten wie man will es ist furchtbar ernsthaft und wunderbar es gibt niemand der es ändern kann alle müssen fort einer wie der andere heute ist man frisch und gesund hier unterbrach er sich schnellte auf riss ein fenster auf und streckte seine nase ein paar augenblicke hinaus dann setzte er sich wieder während ich aufstand und meine nase an derselben stelle hinaus streckte und so wechselten wir immer ab und am nächsten tag wird er niedergemäht wie das gras wie es in der schrift steht ja wahrhaftig es ist eine furchtbare ernste und feierliche sache aber wir müssen alle gehen früh oder später es lässt sich nicht ändern es folgte wieder eine lange pause dann fragte thompson woran starb er denn ich antwortete es sei mir unbekannt wie lange ist er denn schon tot um nicht wegen des geruchs zu wenig zu sagen antwortete ich zwei oder drei tage aber es half nichts thompson nahm es mit einer ungläubigen miene auf die deutlich sagte sie wollen wohl sagen zwei oder drei jahre meine angabe stillschweigend ignorierend fuhr er dann ruhig fort mit seiner ansicht auseinanderzusetzen über die torheit begräbnisse lang aufzuschieben dann schritt er zu der kiste blieb einen augenblick davor stehen kam eilig zurück und stattete dem fenster einen besuch ab wobei er bemerkte es wäre in jeder hinsicht besser gewesen wenn sie ihn letzten summer fortgeschafft hätten thompson setzte sich nieder begrub sein gesicht in einem rotseidenden taschentuch und begann sich langsam hin und her zu wiegen wie einer der sich wohl oder übel in das unvermeidliche schickt mittlerweile war der duft wenn man das noch duft nennen darf zum ersticken geworden thompsons gesicht wurde aschgrau das meine ich fühlte es war leichenfahl zur abwechslung stützte thompson den kopf in die linke hand den ellbogen auf dem knie mit der anderen hand fuchtelte er mit dem taschentuch gegen die kiste und sagte bin schon mit vielen gefahren manche davon beträchtlich angegangen aber weiß der himmel der schlägt sie alle um ein dutzend nasenlängen mit leichtigkeit ich versichere sie die anderen waren ich nahm das kompliment von meinem freund trotz der betrübenden nebenumstände nicht ohne genugtuung auf es wurde uns sehr bald klar dass etwas geschehen müsse ich schlug zigarren vor thompson war damit einverstanden vielleicht mildert es etwas meinte er wir pafften hübsch drauf los und bildeten uns eine weile ein dass der zustand sich gebessert habe aber es half nichts sehr bald wie auf ein verabredetes zeichen ließen wir beide gleichzeitig unsere zigarren den kraftlosen fingern entfallen thompson sagte mit einem seufzer nein freund das macht ihn nicht um ein haar milder ich behaupte es macht ihn nur wilder was sollen wir aber machen ich war nicht imstande etwas vorzuschlagen ich hatte während der ganzen zeit gewürgt und gewürgt und hielt es nicht für geraten den mund zu öffnen thompson begann in abgebrochenen sätzen über die dumme geschichte zu brummen wobei er meinen freund verschiedentlich titulierte die titel wurden immer größer je eifrig er redete schließlich sagte er wissen sie was wir sollten unseren oberst fußnote titular mit der man in amerika stark um sich wirft ende der fußnote weiter an das andere ende des wagens bringen etwa zehn fuß er kann sich dann nicht so geltend machen das leuchtete mir ein wir schöpften also am fenster gehörig atem und fassten dann die kiste mit dem käse an thompson nickte fertig worauf wir mit aller macht auslangten aber thompson glitt aus stieß mit der nase auf den käse und verlor fast den atem schnappend und kreuchend rappelte er sich empor und wankte auf die türe zu wobei er mir heiser zurief lassen sie mich ich muss sterben luft luft draußen auf der kalten plattform kam er bald wieder zu sich und fragte mich was meinen sie lassen wir unseren generalissimus liegen wo er liegt ich fürchte wenn er noch mehr aufgestöbert wird wird er immer unangenehmer ja ja entgegnete ich es wird am besten sein wir lassen ihn wo er ist da er es einmal so haben will denn wissen sie er hat alle trümpfe in der hand und wenn ihm da einer in die quere kommt kann es ihn leicht schlecht bekommen da wir in dem rasenden sturm nicht draußen bleiben konnten gingen wir wieder hinein und schlossen die türe unser leid begann von neuem und wir lösten uns abwechselnd an dem fenster ab später als wir von einer station abfuhren wo der zug einige minuten gehalten hatte kam thompson triumphierend herein und rief so jetzt ist's gut diesmal kriegen wir se exzellenz unter da hab ich einen stoff vor dem er gewiss die waffen streckt es war eine flasche voll carbolsäure er spritzte davon überall umher er ertränkte buchstäblich alles damit kiste käse und alles andere dann setzten wir uns nieder ziemlich zuversichtlich aber unser hoffen werte nicht lange statt sich zu bekämpfen und zu paralysieren vermischten sich die beiden gerüche friedlich und stanken unisono um die wette wir griffen bald nach der türe und draußen sagte thompson ziemlich kleinlaut es hilft nichts wir können nicht gegen ihn ankommen hören sie freund es ist jetzt hundertmal schlimmer drinnen als anfangs hab nie erlebt dass einer so verdammt forschens zeug geht wahrhaftig nicht her seit ich diese strecke befahre und ich habe doch manchen von ihnen mitgenommen wie ich ihnen schon sagte wir gingen wieder hinein nachdem wir tüchtig durchgefroren waren aber es war drinnen kaum zum aushalten es blieb uns nichts übrig als abwechselnd hinaus und hinein zu gehen eine abwechslung zwischen erfrieren und auftauen nach einer stunde etwa hielten wir an einer anderen station beim abfahren kam thompson mit einem bündel herein und sagte ich will es nochmals mit ihm versuchen nur dieses eine mal noch wenn wir ihm diesmal nicht beikommen so bleibt nichts übrig als die karten wegzuwerfen und das spiel aufzugeben das ist meine meinung er hatte ein paar handvoll hühnerfedern gedörrte äpfel blättertabak kleiderfetzen alte schuhe schwefel und noch einiges andere mitgebracht häufte alles auf einem eisenblech in der mitte des wagens auf und zündete es an das vorausgegangene war reinste poesie gegen diesen geruch ich dachte davor müsste selbst eine leiche die segel streichen aber fehlgeschlagen der ursprüngliche geruch stieg mittel erlauben ihm das ich bin zu spät zu meiner rettung die fantasie hatte ihr werk vollbracht und meine gesundheit war für immer zerrüttet weder italien noch ein anderes land können sie mir zurückgeben es geht mit mir zu ende ich bin auf dem wege nach hause um dort zu sterben ende von im gold und silberland von mark twain und 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 und